Sie hören der etwas andere Kurzgeschichten-Adventskalender mit 24 Türchen zum Träumen, Lachen, Gruseln, Mitfiebern und Genießen. Geschrieben von Lisa Darling und Sandra Bollenbacher Gelesen von Juliane Hempel, Lisa Müller, Nadine Most, Florian Hoffmann, Niki Hope, Alex Bolte, Omid Paul F. Tekari, Martin Cooper, Pia Rona Sachse, Lisa Boos, Kevin Kasper, Leslie Marie Liebel, Anja Umland und Max Hoffmann Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin 10. Schatzsuche von Sandra Bollenbacher Gelesen von Omid Paul F. Tekari Ich arbeite oben im Casino als Türsteher. Das Casino hat die Form einer Pyramide, dem Luxor in Los Angeles nachempfunden. Ist nur um einiges kleiner. Ich glaube, so unter uns gesagt, dass dem Besitzer entweder nicht ganz klar ist, wo die echten Pyramiden stehen, oder dass es ihm schlichtweg egal ist. Denn der ganze Kram drumherum ist vielmehr wilder Westen. Ich trage einen Sheriffstern an der Weste und überall stehen Kakteen rum, wobei es die in Ägypten wahrscheinlich auch gibt. Ach, keine Ahnung. Ach, und dann immer diese Gladiatorenkämpfe. So richtig mit Ländenschurz und Helmen, mit langen Hörnern und so. Aber dann ist es ja wiederum eher römisches Reich. Im Prinzip passt dort nicht eins zum anderen. Doch den Leuten ist es egal. Die kommen, um Spaß zu haben. Na ja, die meisten sind eher Stammkunden. Sie wissen schon. Aber lieber bei uns als illegal im Hinterzimmer, was? Nein, nee, ist nicht lustig. Ja, ich muss aber auch sagen, dass in all den Jahren... 14 Jahre sind es im Februar. Dass in all den Jahren, die ich dort arbeite, noch nie etwas vorgefallen ist. Ist halt hier keine Großstadt, ne? Die Leute, die bei uns spielen, sind alle anständig. Also die meisten. Bernd, Bernd hat mal einen erwischt, aber das war nur ein Handtaschendieb. Och, das Kriminellste, was ich je hatte, und das kommt schon ab und zu mal vor, es sind Jugendliche, die neugierig sind und an den Spielautomaten spielen wollen. Aber da lasse ich mir immer den Ausweis zeigen bei den jungen Leuten. Ja, und dann schicke ich sie wieder heim, wenn sie keinen haben. Gefälschte Ausweise. Nee. Gibt's denn sowas in Deutschland? Das gibt's doch nur in Amerika. Also, nein, nein, die Ausweise, die ich in meinen 14 Jahren dort gesehen habe, sahen alle echt aus. Sonst hätte ich die nicht reingelassen. Niemals. Ja, aber ich glaube wirklich nicht, dass... Hm? Ein Wasser, bitte. Danke. Ich arbeite meistens die Nachtschicht von 20.30 Uhr bis 3.30 Uhr. Aber Mittwochnacht, das war der 23., da haben wir schon um Mitternacht dicht gemacht. Wegen Weihnachten. Netter ist unser Boss echt anständig. Wie gesagt, das Casino liegt auf halber Höhe zwischen Allstadt und, äh, Bergspitze, wenn man so nennen will. Hm? Ich parke meistens unten im Parkhaus, nicht oben auf dem Parkplatz hinterm Casino. Und nutze den Weg zwischen Parkhaus und Casino, um mich ein bisschen an der frischen Luft zu bewegen. Auch im Winter. Auch wenn's regnet. Ich bin so kurz am Mitternacht, vielleicht so um Viertel eins, losmarschiert. Es war so ne schöne, milde Nacht. Da bin ich nicht direkt den Weg runter, sondern hab noch ne Runde durch den Schlosspark gedreht. Sehr schön dort. Sehr schön. Man sieht auch genug, wenn der Mond voll ist. Fast so wie am Tag ist es dann. Hm? Man kann sogar die Goldfische im Teich sehen, wenn's Wasser sauber genug ist. Ja, weil's doch so früh war, also verhältnismäßig früh für mich jedenfalls, war ich nicht ganz alleine. Da waren noch ein paar junge Leute im Park unterwegs. Meistens Pärchen, die Hähnchen halten, im Mondschein spazieren gehen. Sehr romantisch. Vor allem um Schloss Rom. Na ja, ich wollte die ja alle auch gar nicht stören und bin daher extra den unteren Pfad entlang. Also da unten, wo früher mal der Wassergraben war, wissen Sie? Da ist es recht dunkel, selbst bei Vollmond, da die Mauern so eng und hoch stehen. Aber ich hab immer eine Taschenlampe bei mir für den Heimweg. Ist ja nicht immer Vollmond. Ich bin also da unten lang, um die Turtel-Täubchen nicht zu stören. Manchmal werd ich für einen Polizisten gehalten. Wahrscheinlich wegen der Uniform und dem Sheriff-Stern. Na ja, dann haben Sie Angst vor mir und das will ich ja nicht. Ihnen den Abend da verderben. Ja, darum bin ich also unten lang. Etwa auf halber Strecke, wenn man fast genau unterhalb des großen Turms steht, da gibt es eine etwas versteckte Steintreppe, die in die Burgmauer hineinführt. Da ist da so ein Tunnel. Keine Ahnung wofür. Vielleicht haben da früher die Ritter drin gehockt und Wache geschoben. Ähm, ähm, ja, als ich dort vorbeilief, sah ich was Rotes. Erst dachte ich, hier hätt's mir nur eingebildet. War ja wirklich dunkel dort unten. Aber dann sah ich wieder etwas Knallrotes da aus dem Tunnel in der Mauer blitzen. Ich muss gestehen, ich bin bei solchen Dingen sehr neugierig. Ein Überbleibsel aus meiner Kindheit wahrscheinlich. Meine Brüder und ich, wir haben oft Schatzsuche gespielt. Ein Geheimnis voller roter Fetzen im alten Burggemäuer. Na ja, Sie verstehen schon. Ich bin also die Treppe da hochgestiegen. Da gibt's zum Glück ein Geländer zum Festhalten. Die Treppe ist nämlich ganz schön schmal und steil. Und hab in den Tunnel geleuchtet. Och, das Mädel hat so laut geschrien, als sie mich sah, dass ich die Taschenlampe abfallen lassen. Bin natürlich sofort weg und hab die beiden in Ruhe gelassen. Na ja, so genau hab ich die ja nicht. Och, das ging alles so schnell. Lassen Sie mich mal überlegen. Also, das Mädel hatte definitiv ein rotes Kleid an, das oben runtergeschoben war und unten hochgeschoben. Also eher wie ein breiter Gürtel um ihren Bauch lag. Und der BH, so ein Schwarzer mit durchsichtigen Trägern, glaub ich, der war auch. Also, ihre Brüste lagen frei und ihr Höschen baumelte um ihre Knöchel. Oh, der Typ war kräftig dabei. Ich glaube, sie war blond, aber kann auch ein helles Braun gewesen sein. Keine Ahnung. Nee, ihr Gesicht hab ich nicht. Seins auch nicht. Nee, keine Ahnung, was er anhatte. Ich hab da wirklich nicht so genau hingeschaut. Wie gesagt, also, sie hat geschrien und ich hab gemacht, dass ich fortkam. War mir ja total unangenehm. Da beschlagen einem ja die Brillengläser, wenn Sie verstehen. Ich bin dann so schnell wie möglich nach Hause zu meiner Frau. Nee, also, ich weiß nicht. Kann schon sein, dass mir da noch jemand begegnet ist. Aber ich hab da nicht so drauf geachtet. Ich wollte nur schnell... Na ja, so um ein Uhr rum, würde ich sagen. Ja, ziemlich genau eins muss es gewesen sein, denn meine Frau sagte, du weckst mich um ein Uhr nachts auf für Sex. Sind wir Teenager oder was? Nee, sie war nicht böse. Im Gegenteil. Hat sogar diesen roten Body angezogen, den ich ihr zum Geburtstag geschenkt. Oh, ich denke mal. So gegen zwei? Zwei oder halb drei. War jedenfalls noch dunkel draußen. Meine Frau steht immer um halb sieben auf. Egal, ob Feiertag oder nicht. Ich hab noch bis um neun gedöst. Bernd hat dann angerufen und mir davon erzählt. Hat erzählt, dass alles voller Blaulicht und Polizei war, als er durch den Park ist. Hab's dann auch in den Nachrichten gesehen. Als sie sagten, dass das Mädel ein rotes Kleid trug... Ja, da war mir natürlich so voll klar, dass ich mich bei Ihnen melden muss. Ich hab ja nicht viel gesehen. Es war ja so dunkel und ging so schnell, aber... Hm? Meinen Sie, dass es der Kerl war, der bei ihr war? Daher war ich mir ganz ungehebend. Oh, mein Gott. Oh, das ist der Kerl war hier. Sehr gut.